Liebe Freunde, mein Krieg gegen die Ukraine ist ein Irrtum. Die Mehrheit aller Menschen will das Ende meines Krieges. Gut, meine Soldaten können heimkehren, unverzüglich. Es reicht, dass so viele Menschen für nichts gestorben sind. Ich werde die Ukraine ab jetzt vor Angriffen schützen. Bitte beteiligt euch an dieser Mission des Friedens. Ich trete hiermit von allen meinen Ämtern zurück. Ich stelle mich den Gerichten. Wir sehen uns in Den Haag. Wir sehen uns in den Haag. Untertitelung des ZDF, 2020